Erbpacht und Baufinanzierung ohne Eigenkapital, passt das zusammen? Das klären wir im heutigen Video und ich erzähle im Anschluss auch noch die Geschichte meiner Kunden der Eheleute Serkechi aus Bamberg. Und ja, darum geht es in diesem Video. Bleiben Sie also dran, los geht's. Wir sprechen im normalen Sprachgebrauch immer von der Erbpacht, wobei der Begriff eigentlich falsch ist. Es heißt Erbbaurecht. Die Erbpacht kommt noch aus der Landwirtschaft. Die eigentliche Form dieser Erbpacht ist heute gar nicht mehr gültig. Das war eine landschaftliche Nutzung einer Fläche mit unbegrenzter Laufzeit. Heutzutage haben die Erbbaurechtsverträge immer eine Laufzeit von maximal 99 Jahren. Es handelt sich dabei eben um ein eigentumsähnliches Rechtsverhältnis, das heißt, wenn Sie einen Erbbaurechtsvertrag mit einem Grundstückseigentümer abschließen, dann gehört Ihnen das Grundstück nicht. Es bleibt im Eigentum des Eigentümers eben und Sie sind der Erbbauberechtigte. Das heißt, Sie sind berechtigt, dann das Grundstück entsprechend des Erbbaurechtsvertrages zu nutzen. In der Regel umfasst das eben, dass Sie ein Haus draufbauen dürfen, das Grundstück mit einer Grundschuld belasten, weil Sie ja die Grundschuld für die Finanzierung des Hauses benötigen und Sie dürfen auch nicht alles mit dem Grundstück machen, was Sie wollen. Das ist alles genau in diesem Erbbaurechtsvertrag vereinbart. In der Regel müssen Sie Änderungen oder sowas, müssen Sie sich vom Eigentümer genehmigen lassen. Da muss man dann eben nochmal genau mit dem Notar in den Erbbaurechtsvertrag reingucken, was da alles drin geregelt ist. Grundsätzlich gibt es ja zu jedem Grundstück auch ein Grundbuch. Jetzt bei dem Erbbaurecht ist es so, dass es zwei Grundbücher gibt, nämlich einmal das Grundbuch für den Eigentümer, also da, wo der Eigentümer drin eingetragen ist. Und dann wird ein zweites Grundbuch angelegt nach Abschluss des Erbbaurechtsvertrages, wo Sie dann als Erbbaurechtsnehmer oder Erbbauberechtigter drin stehen. Und da werden dann auch die ganzen Vereinbarungen des Erbbaurechtsvertrags festgehalten, wie zum Beispiel die Höhe der Erbpacht die Grundschulden, die sind nahe für die Bank eintragen lassen, wenn da irgendwelche Wegerechte noch drin sind. Das wird dann alles auch im Erbbaugrundbuch eingetragen. Bei den meisten Erbbaurechtsverträgen sind die Eigentümer öffentlich-rechtliche Eigentümer, das heißt also Gemeinden oder die Kirche. In Einzelfällen werden auch schon mal von privater Seite Erbbaurechtsverträge gemacht. Das sind dann oftmals Bauern oder Adelige, die da noch Grundstücke haben, die sie eben dann verpachten wollen. Weil da ist immer darauf zu achten, dass sie bei einem privaten Erbbaurechtsausgeber oder eben auch Eigentümer des Grundstücks viele Banken haben, die die Finanzierung grundsätzlich gar nicht machen. Die meisten Banken bestehen auf einen öffentlich-rechtlichen Grundstückseigentümer oder Erbbaurechtsausgeber und da muss man schon ganz genau darauf gucken oder sich erkundigen, ob die eigene Bank diese Grundstückseigentümer überhaupt akzeptiert. Dieser Erbbauzins, den sie bezahlen, der ist natürlich nicht für die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Da gibt es in den meisten Verträgen eine sogenannte Anpassungsklausel, die ist meistens an den Lebenshaltungskostenindex, der vom Statistischen Bundesamt ermittelt wird, gekoppelt. Will heißen, wenn also dieser Bahnkorb, der in der Statistik erfasst wird, wenn der um 10% gestiegen ist, bei manchen auch um 5%, dann wird die Erbpacht um den gleichen Prozentsatz angehoben. Also wenn Sie vorher einen Erbzins von 100 Euro im Monat bezahlt haben und der statistische Warenkorb steigt um 10%, müssen Sie dann eben 110 Euro bezahlen. Wenn ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen wird, hat er meist eine Laufzeit von 99 Jahren. Es kommt aber auch vor, dass Sie ein Objekt kaufen, wenn Sie zum Beispiel ein Haus kaufen, was auf einem Erbbaurechtsgrundstück steht, dann wurde der Erbbaurechtsvertrag ja schon in der Vergangenheit abgeschlossen. Dann gibt es eine sogenannte Restlaufzeit. Da ist dann, was weiß ich, wenn der Eigentümer, der das Haus verkauft, schon 10 Jahre seines Erbbaurechts quasi verbraucht hat, dann hat der Vertrag eben eine Restlaufzeit von 89 Jahren. Es ist in den meisten Fällen gar nicht so schlimm. Es ist nur dann oder wird dann oder kann zu einem Problem werden, wenn die Restlaufzeit, beispielsweise Sie haben jetzt nur noch 10 Jahre Restlaufzeit, wollen dann aber eine Finanzierung abschließen, dann wird die Bank darauf bestehen, dass die Darlehenslaufzeit nicht länger ist als die Restlaufzeit der Erbpacht. Also ich mache das jetzt seit 22 Jahren, hatte ich in der ganzen Zeit noch nicht den Fall, ist aber in den Statuten der Banken so geregelt. Heißt, die Laufzeit des Darlehens muss immer kürzer sein als die Restlaufzeit der Erbpacht. Bei manchen Banken sagen wir, dass das muss mindestens bei Ablauf des Darlehens, müssen mindestens noch 10 Jahre Restlaufzeit des Erbbaurechtsvertrages da sein. Der Erbbauzins, den Sie an den Eigentümer bezahlen müssen, der wird im Grundbuch eingetragen, in Abteilung 2 und die Grundschulden für die Bank, bei der Sie finanzieren, die werden in Abteilung 3 eingetragen. Und es ist nicht in der Natur der Sache, dass das Erbbaurecht, also der Erbbauzins, früher eingetragen wird, als die Grundschuld dementsprechend hätte dieser Erbbauzins sogenannten Vorrang. Das sind quasi nur für die Zwangsversteigerung erforderlich. Der Umstand bringt aber mit sich, dass die Bank eine sogenannte Stillhalteerklärung haben will. Das muss man aber vorfällig abklären, bevor man den Erbbaurechtsvertrag abschließt, ob diese Stillhalteerklärung a. von der Bank auch so akzeptiert wird und b. ob der Eigentümer diese auch abgibt. Das sagt nämlich rechtlich aus, wenn es zu einer Zwangsversteigerung kommt, dann wird dieser Erbbauzins nicht mit versteigert, der bleibt im Grundbuch stehen und die Bank bekommt vorher ihr Geld für die restlichen Zinsen, die noch laut Vertrag anzufallen haben. Als ich vor 22 Jahren mit der Immobilienfinanzierung begonnen habe, da gab es noch relativ viele Finanzierungen, die auf Erbbaurechtsgrundstücken gemacht wurden, weil zu der Zeit auch noch relativ viele Gemeinden und auch die Kirche Grundstücke in dieser Form des Erbbaurechts veräußert haben und das ist aber im Laufe der Jahre sehr viel weniger geworden, weil es sich heutzutage eigentlich gar nicht mehr lohnt, ein Haus auf ein Erbpachtgrundstück zu bauen, weil die Zinsen so günstig geworden sind. Früher hatten wir, als ich angefangen habe 1997, da waren die Zinsen so um die 7% und wenn ich da einen Kunden hatte, der ein Grundstück per Erbpacht bekommen hat, dann lag der Erbbauzins meistens so zwischen 3,5-4%, was natürlich in dem Moment für den Kunden viel günstiger war, weil wenn er das Grundstück gekauft hätte und bei der Bank hätte finanzieren müssen, hätte er viel mehr Zinsen bezahlt. Heutzutage sind die Zinsen aber unter 2% gefallen, von daher macht es gar keinen Sinn, ein Grundstück auf Erbpacht zu nehmen und jetzt kommt der Punkt, wo die Baufinanzierung ohne Eigenkapital noch mal ein spezieller Fall ist, weil die meisten Banken für die Baufinanzierung ohne Eigenkapital gar keine Erbpacht oder keine Erbpachtgrundstücke akzeptieren. Er hat den einfachen Hintergrund, da das Grundstück ja nicht im Besitz oder im Eigentum des Bauherrn ist, also desjenigen, der das Haus baut, der ja auch die Finanzierung bei der Bank aufnimmt, wird das Grundstück keine Sicherheit der Bank. Heißt, die Grundschuld, die das Darlehen für die Bank sichert, die wird ja nicht im Grundbuch des Eigentümers eingetragen, sondern im Erbbaugrundbuch und das Erbbaurecht hat kein Eigentumsrecht an dem Grundstück. Dementsprechend ist das Grundstück als Sicherheit nicht vorhanden, oftmals müssen aber noch Erschließungskosten oder sonstige Kosten zusätzlich mit dem Erbbaurecht abgegolten werden, also dem Eigentümer erstattet werden und für diese Kosten hat die Bank wiederum keine Sicherheit. Es ist also nur das Haus als Sicherheit und wenn man jetzt sowieso schon mehr finanziert als an Sicherheit da ist, da hat die Bank dann ein Problem mit und dementsprechend ist eine Finanzierung ohne ein Kapital mit Erbbaurecht sowieso leider nicht möglich. Ich habe dazu das ganze Thema, was geht und was nicht, auch noch einen anderen Blogartikel geschrieben und veröffentlicht, der ist schon ein bisschen älter, den verlinke ich Ihnen mal hier unten unter dem Video, da können Sie sich dann auch nochmal genau durchlesen, was sonst noch alles geht bei der Baufinanzierung ohne ein Kapital oder was eben auch nicht. Eine der häufigsten Fragen, die mir im Zusammenhang mit dem Erbbaurecht gestellt wird, ist die, was passiert eigentlich, wenn die 99 Jahre des Erbbaurechts um sind. Die Zeit ist um, was ist dann? Muss ich dann mein Haus zurückgeben oder wie geht das dann? Und das ist eigentlich auch in den Erbbaurechtsverträgen steht das drin, zwar in Juristendeutsch, aber es steht drin, es ist so, der Grundstückseigentümer muss dem Erbbauberechtigten, also Ihnen dann, wenn Sie ein Haus bauen, zwei Drittel des Verkehrswertes erstatten. Also er muss quasi Ihr Haus abkaufen und sollte er dazu dann nach 99 Jahren nicht in der Lage sein, dann muss er eben entsprechend die Laufzeit des Vertrages verlängern. Auf meiner Internetseite finden Sie auch den Bereich Kundenstimmen. Da können Sie nachlesen, was meine Kunden über meine Arbeit sagen. Und im Zusammenhang mit der Erbpacht möchte ich noch eine Geschichte von meinen Kunden, den E-Leuten Esra und Serkan Sirkechi aus Bamberg erzählen. Das war ein spezieller Fall, der mir so auch in 22 Jahren da das erste Mal untergekommen ist. Da ging es nämlich hauptsächlich um ein Missverständnis zwischen den Kunden und mir hinsichtlich der Erbpacht. Ich hatte Ihnen ja eben gesagt, die Erbpacht oder eine Baufinanzierung ohne ein Kapital ist auf einem Erbpachtgrundstück nicht möglich. Jetzt kamen die, oder ich hatte schon länger mit den Leuten Kontakt. Die hatten zwei oder drei Immobilien vorher bei mir angefragt. Eine wäre auch finanzierbar gewesen, war dann aber vorzeitig schon verkauft worden, hat der Eigentümer an einen anderen verkauft. Und dann kamen sie dann irgendwann wieder auf mich zu mit einer Wohnung, einer Eigentumswohnung, wo das komplette Haus, es waren auch, ich glaube, mehrere Häuser, waren auf einem Erbbaugrundstück gebaut. Da heißt, jemand hat ein großes Erbbaugrundstück an einen Bauträger verpachtet. Der Bauträger hat ein Haus drauf gebaut, ein Mehrfamilienhaus drauf gebaut, hat die Wohnung oder das Haus in Wohnungen aufgeteilt und diese Wohnung dann weiterverkauft. Das waren mittlerweile schon eben private Eigentümer dieser Wohnung, die die Wohnung auf Erbpacht, beziehungsweise das Grundstück auf Erbpacht und die Wohnung dann auch von dem Bauträger gekauft haben und wollten das nun an meine Kunden weiterverkaufen. Da hatte ich die Kunden darauf hingewiesen, dass eben ein Erbbaurecht nicht von der Bank finanziert werden kann. Und es war in dem Fall so, dass die Verkäufer, die die Wohnung verkauft haben, die hatten den kompletten Erbbauzins, also das, was man landläufig als Erbpacht bezeichnet, den Erbbauzins, hatten die im Vorfeld bezahlt. Das heißt, die hatten, ich weiß nicht, wo sie das Geld hergenommen haben, das war ja ein höherer, fünfstelliger Betrag, den haben die im Vorfeld an den Grundstückseigentümer bezahlt, um eben diese Erbpacht abzulösen, beziehungsweise damit sie keine weiteren monatlichen Raten mehr haben. Alles wurde natürlich ein bisschen abgezinst, die haben nicht die komplette Erbpacht bezahlt, aber eben haben im Vorfeld einen großen Betrag bezahlt, um eine monatliche Zahlung dann in Zukunft nicht mehr zu haben. Das war kurz vorher erst passiert und die Kunden teilten mir jetzt mit, dass das Erbbaurecht, also die Kunden haben mir mitgeteilt, dass das Erbbaurecht wird gelöscht. Sie meinten aber den Erbbauzins. Der Erbbauzins, der ist in Abteilung 2 eingetragen und der war auch tatsächlich gelöscht. Der war ja schon bezahlt, dementsprechend hatte der Grundstückseigentümer kein Recht mehr auf diesen Erbbauzins und dementsprechend wurde der im Grundbuch gelöscht. So, dann haben wir die Finanzierung, also ich habe das mit der Bank dann eben so kommuniziert, dass das Erbbaurecht gelöscht wird, nicht der Erbbauzins, das Erbbaurecht. Und dann hat die Bank natürlich das in den Dahlensvertrag mit aufgenommen, als Auflage, dass das Erbbaurecht gelöscht wird. So, die Kunden haben den Erbbaurechts- oder den Kaufvertrag mit den Verkäufern abgeschlossen. Da stand natürlich drin, dass sie in den Erbbaurechtsvertrag eintreten. Und, ja, das haben wir dann gemacht. Beim Notar alles soweit unterschrieben. Die Finanzierung stand. Dann kam natürlich der Tag, dass der Kaufpreis bezahlt werden sollte. Und der Notar schickt dann im Zuge seiner Abwicklung einmal natürlich eine Kopie des Kaufvertrages und auch eine Zahlungsanweisung dann an die Bank. Und die Grundschuldeintragung muss ja auch noch vollzogen werden. Das kriegt die Bank alles. Das lag dann vor. Dann hat die Bank gesehen, dass das Erbbaurecht nicht gelöscht wurde. Und wir hatten ein Problem. Es war kurz vor Weihnachten. Die Leute sind natürlich aus allen Wolken gefallen, weil die Bank jetzt gesagt hat, wir haben als Auflage gemacht, das Erbbaurecht muss gelöscht werden. Es wurde nicht gelöscht, also zahlen wir nicht aus. In dem Moment hatten die Kunden Glück, dass sie nicht direkt zu einer Bank gegangen sind, weil die hätte sich mit Sicherheit quergestellt und hätte einfach nicht ausgezahlt. Der Berater hätte gesagt, wir können nichts machen. Wir zahlen nicht aus, weil die Voraussetzungen, die wir in den Dagensvertrag eingetragen haben, die sind nicht gegeben und dementsprechend zahlen wir nicht aus. Jetzt war es so, dass ich mit dem Notar gesprochen habe und habe einfach versucht herauszufinden, was denn passieren müsste, um die Voraussetzungen bei der Bank zu erfüllen. Dabei kam raus, dass das ganze Prozedere, man hätte also alle Wohnungseigentümer hätten dem zustimmen müssen, man hätte quasi das Erbbaurecht nur komplett herausnehmen müssen. Das hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass alle Eigentümer, die alle, so wie die Verkäufer es gemacht haben, alle, also ihre Erbpacht im Vorfeld an den Grundstückseigentümer hätten zahlen müssen, damit das Erbbaurecht von allen gelöscht werden kann. Das kann man davon ausgehen, dass bei einer Gruppe von 30, 40 oder wie viele Eigentümer es waren, das weiß ich nicht mehr genau, dass da mindestens einer dabei ist, der das gar nicht kann, finanziell, den kompletten Betrag auf dem Tisch legen und dem Eigentümer bezahlt. Die Aussichten dafür wären schon a, einmal sehr schlecht gewesen und b, wäre es natürlich mit erheblichen Kosten verbunden, das Ganze abzuwickeln und das Erbbaurecht zu löschen. Der Notar hat einen Bereich von über 100.000 Euro an Kosten in den Raum geworfen, was das Ganze ausmachen würde, um dieses Erbbaurecht zu löschen. Dementsprechend hatte somit also die Bank den schwarzen Peter, weil sie eine Voraussetzung in den Dahlensvertrag aufgenommen hat, die der Kunde gar nicht erfüllen konnte. Und es hätte der Bank vorher auch schon klar werden müssen, dass das so ist. Da haben die aber gepennt. Ich selber habe jetzt da ehrlich gesagt auch den genauen Hintergrund nicht gekannt, den der Notar mir erst dann erklärt hat, weil ich auch so einen ähnlichen Fall in der Form vorher gar nicht hatte. Auf jeden Fall, die Bank kannte es so auch nicht aus dem Tagesgeschäft, musste sich dann aber quasi geschlagen geben. Also wir haben eine Finanzierung bei der Bank jetzt gemacht, die eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Das zeigt aber auf der anderen Seite auch wieder, wenn die Banken müssen, dann können sie. Nur wenn sie natürlich vor die Möglichkeit haben, eine Finanzierung, die sie nicht machen wollen, abzulehnen, dann machen sie das, klar. In dem Fall war es halt so, weil die Bank im Monon den größten Fehler dabei gemacht hat, nämlich eine Voraussetzung vom Kunden zu fordern, die der gar nicht erfüllen kann, musste sie quasi die Kröte schlucken und die Bank hat jetzt eine Finanzierung gemacht von einem Erbbaurecht, von einer Eigentumswohnung, was laut Richtlinien eigentlich gar nicht möglich ist. Wie gesagt, wäre der Kunde jetzt direkt zur Bank gegangen, dann hätte er vor einem bankeigenen Berater gesessen, der also bei der Bank angestellt ist und der kann natürlich gegen seinen Arbeitgeber nicht das machen, was ich jetzt mit dieser speziellen Bank da machen konnte, weil es war klar, die Bank konnte gar nicht anders als auszahlen. Wir haben das jetzt in dem Fall einfach ausgesessen und mussten dann quasi auch gar nichts weiter tun mehr, also wir haben uns schon darauf eingestellt, rechtliche Schritte einzuleiten und Rechtsanwaltsbeauftragung und die ganze Kette da in Gang zu setzen. Es war aber nicht nötig, weil die Bank nachher von alleine eingesehen hat, dass sie da nicht weiterkommt und dass sie den Fehler gemacht hat. Ja, wie gesagt, war jetzt der erste Fall nach 22 Jahren, der sich so entwickelt hat. Normalerweise ist es relativ einfach, wenn sie kein Eigenkapital haben, dann werden sie keine Finanzierung auf einem Erbpachtgrundstück bekommen. So einfach ist das. Gut. Diese Geschichte habe ich unter anderem auch in meinem Buch beschrieben, wie das Ganze sich zugetragen hat. Sie finden in diesem Buch die fünf Schritte, die sie gehen sollten, wenn sie eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital sicher und ohne Risiko abschließen wollen. Und ja, wenn Sie Fragen haben zu dem Thema oder auch zu anderen Themen, dann kommen Sie gerne auf mich zu. Nutzen Sie die Kommentarfunktion entweder unter dem Video, wenn Sie das auf YouTube gucken oder auf meinem Blog. Dann würde ich mich über einen Kommentar freuen. Abonnieren Sie meinen Kanal und aktivieren Sie die Glocke, ganz wichtig dabei. Dann verpassen Sie kein weiteres Video. Und ja, dann danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sag bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Schulze. Amen. Amen. Vielen Dank.